Künstlichen Augen bis zu Arm- und Beinsruthen. Von Computern in Molekülgröße. Human kontrolliert die Evolution für alle zugänglich zu machen. Wir werden mit Maschinen verschmelzen, mit Computern. Wenn das hier vorbei ist, können die Illuminaten, Männer und Frauen, die sie nicht mehr kontrollieren. Schreckliche Szenen auf den Straßen von Detroit. Wahnsinn hat die mechanisch augmentierten Menschen erfasst. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. Da draußen sterben Menschen. Millionen. Die Suche nach Überlebenden in Pancaya ist jetzt nur noch eine Rettungsaktion. Die Tschechische Republik führt eine wachsende Liste von Ländern an, die die Umsiedlung ihrer augmentierten Bürger fordern. Es ist eine neue Welt, Adam. Sie hat Angst vor Menschen wie uns. Mit Bussen in sichere und abgetrennte Viertel gebracht. Dass du wirklich der Opti-Zwischenfall würde das beenden? Wir waren Opfer. Das ist Vergeltung für eine Tragödie, die nicht zu kontrollieren war. Sie kontrollieren die Nachrichten. Sie begraben die Wahrheit unter Desinformation. Mehrere Detonationen, vermutlich Autobomben. Ein neuer Terroranschlag, diesmal auch ein Polizeiregier. Der UN-Sicherheitsrat hat Interpol darum geredet. Das neue Anti-Terror-Team ist weltweit für Informationsbeschaffung und Bekämpfung zu stellen. Kass vor 120. Agent Jensen! Ich lasse das nicht nochmal zu. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF. Vielen Dank.